Neuer Shop kommt jetzt hin, ganz genau 16 Sekunden, gerne davor liken und ganz wichtig Kanal abonnieren. Denkt daran, heute um 10 Uhr gehen die Server offline für das große, große Update nach Wochen. Viele neue Dinge werden reingefügt, hinzugefügt, wie auch immer. Bin heute auch dazu dann live zum Update. Wir werden uns alles neue anschauen, bin mal gespannt was alles reinkommen wird. Im Shop denke ich mal heute nichts besonderes. Ja, ich hatte glaube ich recht, vielleicht was seltenes im täglichen Bereich, aber Shop heute, Shop heute glaube ich Trash. Aber eventuell haben wir, ey warte mal, wir haben was Neues im Shop. Sie hat den neuen Skin-Stil, das ist ein neuer Skin-Stil für die Dame. Vielleicht aber nach dem Update, da sollen wir eine neue Kooperation bekommen mit Futurama. Vielleicht bekommen wir da einen neuen Item-Shop, also die hat einen neuen Stil. Den gab es davor safe nicht. Den gab es davor safe nicht. Da bin ich mir sicher, 1, 2 einzeln, 500, 500, nichts mehr. Mh, ja. Ist auch vor ein paar Tagen drin gewesen. Finde ich nicht mehr so besonders. Was ich geil, geil finde, ist das Emote, aber das war es auch wieder. Backpack ist in Ordnung. Spitzhacken. Mh, naja. Mh, Lackierung auch, naja. Ladebildschirm finde ich wild. Und übrigens, meine eigene Creative Map wurde jetzt nochmal vereinfacht. Jetzt sollte sie definitiv jeder schaffen. Probiert ihr aus. Mh, Map-Code baller ich euch mal da oben rechts hin. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja, der Emote ist zum Verwandeln da. Finde ich cool. Aber das war es halt auch dann wieder. 1, 5 einzeln, 800, 500, nichts mehr. Dann haben wir hier, ja, heute ist der Shop echt langweilig. Den Skin, langweilig. Nichts krasses. Backpack ganz schrecklich. Ey, passt aber irgendwie zu meinem Skin. Backpack auch, naja. Gleiter finde ich am besten. Eigentlich finde ich auch von den Bunneln nur die Gleiter am besten. Gibt es heute irgendwas seltenes? Kurz mal abchecken. Mh, ja, wow, okay. Zwei kleine, minimal seltene Gegenschöne gibt es. Mh, die Gleiter sind aber echt nichts krasses. 1, 5 einzeln, 800, 1, 2, 800, 200, nichts mehr. Denkt daran, irgendein CC zu benutzen. Gerne hier F, E, R, J, U, S, F, W, N, T benutzen. Kurs geht raus für euren Support. Letzter Bereich für heute. Mh, Blitz. Coole 800 V-Bug-Skin. Kein Plan, warum ich mir den damals gekauft habe. Ist einigermaßen okay, aber irgendwie spiele ich den nicht mehr. Nö. Ich finde den letzten Stil somit am besten. Backpack finde ich richtig nice. Das zählt eure Kills. Oder lässt eure Kills anzeigen. Die Spitzsack ist das seltenste mit 160 Tagen. Und das war es dann auch mit den seltenen Gegenschönen. Lackierung ist eine 10 von 10. Mh, joa. Ist die jetzt eigentlich wirklich neu? Oder, also ist der Skinstiel oben neu? Oder ist der nicht neu? Das würde mich jetzt interessieren. Weil ich könnte meinen, dass es definitiv neu ist. Gerne korrigieren in den Kommentaren. Weil ich sehe jetzt nichts hier, dass es neu sein sollte. Aber ich bin mir sicher, dass der Skinstiel neu ist. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Komm schon, für 200 V-Bugs ist es in Ordnung. Ansonsten war es hier gewesen. Hier unten bleibt noch jede Menge Stuff im Shop. Obwohl es hat sich ein bisschen verändert. Doch ist deutlich weniger geworden. Aber trotzdem noch viel. Ansonsten gerne, gerne mein CC benutzen. Kurs geht an der Stelle raus. Kurs geht an der Stelle raus.